Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Trouble in Gerristown, wir sind hier in einer Gummizelle und haben richtig Bock auf Spaß, Freunde. Ja, nice, das ist doch richtig Bock, Mann! Das war so klar, habe ich doch gesagt, Alter. Das war so klar. Digga, Digga, komm, ey, komm, Digga, Alter. Da war noch voll, ganz schön. Seine eigene Bombe, Alter. Das wäre die Map gewesen, die Curry euch vorenthalten hat wieder. Ja, jetzt ist nämlich Ende, tschüss. Dieser Unmensch einfach. Das Schlimme ist, das war schon die erste Runde. Das heißt, die Folge wieder kurz, bedanke dich mit dem Curry. Hey, wat? Warum? Wat? Das ist im Jannere Simulator genauso. Wo sind die Lehrerinnen hier? Ich möchte alle töten. Warum redet die da? Warum hat die da was gesprochen? Die möchte dich, Kevin. Aber Tobi, ich gehöre nur dir, Tobi. Was ist jetzt los? Ja, cool, sogar mit dem Knie schon. Tobi? Oh, cool. So. Tobi ist es! Ja, das ist der richtige Tobi. Bei mir ruggelt die Map ein bisschen. Er ist so ein Mini-Ruckler, ne? Ja, genau, hier ist er. Hier ist das von der Krankenschwester. Hier kommen so Babys, wenn man im Okkultraum ist. Ich hab diese scheiß Fliege schon wieder, Alter. Wo ist der Okkultraum? Du kennst doch die Map besser als ich. Ja, die Map ist natürlich etwas anderes. Das ist okay hier auch hier vorne. Nein, das ist wie original. Ich geh mal aufs Dach. Wo ist der Raum? Was für ein Raum? Ey, Tobi, du hast den Final Fantasy Skin. Why? Oh Gott, ey. Das tut mir leid. Das ist doch immer so blöd. Aber ich wollte es nur noch hin kopieren. Ist das jetzt der Richtige? Wer ist denn bei dir in der Nähe? Ja, ist der Richtige. Hier gibt es doch bestimmt Rätsel, oder? Äh, die Map ist doch immer im Aufbau. Achso. Hier wird es doch 100 pro Secrets geben. Das sieht wirklich so aus, ne? Ne? Sag mal, wo ist denn der Okkult? Hä? Ich kenn das doch. Warum ist der hier nicht? This is a triumph. I'm making a note here. New success. Cool. Ne, im Haus ruckelt es bei mir ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Echt? Ja. Äh, Curry? Tobi? Ja? Ah. Was ist los mit euch? Ah, ist klar. Pan ist Trader. Tobi. Hä? Ich? Nein! Ich gucke mir die Map an und du kannst dir vorstellen, dass ich das wirklich tue gerade. Ok, ja, das stimmt. Dann ist Tobi Trader. Tobi, du ist Trader, ne? Hä? Ernsthaft? Du glaubst Pater? Ja, Alter? Ist das denn ernst? Tobi? Versprichst du mir, dass du kein Traitor bist? Auf was? Such du erstmal Currys gleich, bevor du mich jetzt gleich wieder tötest. Nö, nö, mach ich nicht. Anna, wer schießt auf mich? Ich, ich. Hä? Auf dich? Wie auf dich? Da war ein Schuss und ich fühle mich so von den Traitor. Okay, da kann man noch nicht rein. Erst da, Tobis Traitor. Hä? Tobi, Entschuldigung. Ich will nochmal mit mir, oder? Okay, tschüss, ja, tschau. Tobi, hier ist so dunkel. Licht machen, oder was? Da. Licht für dich. Out of the dark! Hörst du das auch? Ja. Was denn? Hä? Was ist das? Ähm. Was zum... Curry? Äh, Tobi? Ja? Pan? Ja? Danke, Simulator. Du bist so doof, ey. Du bist so doof, ey. Entschuldigung. Ich habe ein Secret gefunden gerade. Ja? Ah! Nein! Da war ein schönes Secret! Hey, weiter! Hey, weiter! Du musst weitergehen! Da ist doch ein krasserer Secret! Hey, wie weitergehen? Hey, wie weitergehen? Wir sind home! Wie geil ist das denn? Welchen Raum? Hey, den war doch gerade auch schon da. Achso, ich hab's nicht gesehen! Gladys! Die spricht doch mit uns! Ey, ganz ehrlich! Die Würfel sind doch für irgendwas! Da kannst du doch sagen, was du willst! Hey, was ist das denn da? Also, irgendwas kann man mit dem bestimmt machen! Oder stapeln, um irgendwo reinzukommen! Ich nehm die jetzt mit! Nimm mal! Ja, dann soll man mitnehmen hier! Ich nehm die jetzt mit! Wer weiß es? Was ist drauf geschissen? Gehört mir! Jeder immer über... Ey, warte mal! Hier ist ein Portal-Tor! Was ist denn hier los? Ja, aber die Schule fängt an! Lehrerin wird sauer noch nicht! Oh! Die Schule fängt an, Leute! Ab geht's! Ab ins Kassenzimmer! Alles klar! Ich hab keine Hausaufgaben! Ich kann den Würfel nicht mitnehmen! Kann ich die bei irgendjemandem abschreiben? Ich bin ja cool! Mein Würfel hat die Hausaufgaben gefressen! Wir können die Lehrerin einfach, äh... Schlafen legen! Dann müssen wir auch keine Hausaufgaben haben! Warum liegt da jemand, der tot ist? Ja! Was soll man sonst machen? Geht's rumgehen? Ob es wieder... Ob es Leute in den Kommentaren geben wird, die sich da drüber aufregen, dass wir mit Waffen in einer Schule rumlaufen? Ach komm, so geht's! Ich wäre enttäuscht, wenn's was nicht gäbe! Woah, geil! Es gibt... Das Dach ist sehr cool! Von Happy hier gerade! Äh, ne, nicht in Bezug auf... Okay, wir müssen Pan töten! Wir müssen Pan töten! Woah, krass! Krass! Du Monster! Woah, Pan! Woah, Pan! Geil! Bin auf dem Dach hier! Oh, nice! Nein, das war nicht das... Pan, guck mal hier hinten! Was denn? Tobi! Curry, bitte nichts tun! Bitte Curry! Curry, was ist das? Nichts! Das ist ein Würfel! Fuck das weg! Ja, okay! Boah, krass! Ähm... Entschuldigung! Nicht machen, jetzt böse! Okay, tu mal leid! Ah! Dennis! Dennis! Und du bist viel zu groß! Erik? Ja? Okay, ich bin so beruhigt! Erik lebt noch! Boah, dankeschön! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Alter, Pan hat mich fast mit dem Würfel runtergeschossen! Kannst du das auch? Ja! Ich kann das auch, ja? Äh, ne, kannst du nicht! Doch, kann ich nicht! Das map is so great! Warum ist hier ein schwarzer Würfel? Bitte was? Bitte was? Ein schwarzer Würfel! Achso! Der schattiert! Opa, guck mal, was hier steht! Hier ist so ein Turret! Guck mal, guck mal! Ja! Boah, geil! Schieß mich ab! Curry! Was? Ah, das müsste theoretisch auch jemand aus der, ich bin mir nicht sicher, ich glaube es ist auch jemand aus der Community? Hier stand die Map ganz oft in den Kommentaren, dass bla bla bla, nein Ruko war das glaube ich, äh, an einer Yandere-Signalator mitbearbeitet, statt dem TTT-Kommentaren. Hey! Curry, Curry, Curry! Geh weg, fahren, geh weg, fahren, 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 fahren! Curry, Curry, hier ist irgendwo das Geheimnis des Zauberbergs. Was? Des Zauberbergs? Was ist denn der Zauberberg? Der ist... Am Ende des Regendings. Tobi? Was machst du da? Warum ist hier Blut an der Decke? Was sieht so gruselig aus, Alter? Was denn, was machen die? Komm, wir suchen die! Okay, warum... Hä? Welche Tasche ist das? Ihhh, Tobi! Hä, was denn? Mach nochmal Tobi! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Alter, Tobi stirbt, glaub ich. Was war denn da jetzt los? Ich krieg überhaupt gar nichts mehr hier. Ich seh nur, der Erik ist Traitor, Pan, aber ich sie gratuliere, der immer nie auf der Curry schießt. Und plötzlich siehst du überall nur so Dampf und Wolken. Und plötzlich schreit Erik, warum macht er nicht den hier und dann kommt Curry mit dem Buberang geflogen. So durch den Gang einfach. Also der Erik ist Traitor. Seid ihr alle tot? Nein. Also der Curry ja, ich nicht. Nein! Nein! Ey! Feiner! Ey, das ist so scheiße. Wenn man das durch die Hallen hier hört, Bing Bing Bong. Aber wieso, wieso hast du dich getroffen gerade von dem Ding? Der ist durch die... Alter! Ich bin jetzt erschrocken. Weil die gleiche Scheiße fliege... Ne, ne, wot, 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 wer... Hä, von... Boah, du Drecksau. Na warte. Sei froh, dass ihr nur ne Shotgun habt. Sei froh, dass ihr nur ne Shotgun habt. Obamacare. Obamacare. Weiner! Oh... Oh... Oh, ja, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh? Die Pan freut sich! Tsching, 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 tschang... Alter, wat ne Actionrunde heute! ja ich habe mir noch zum rechner ja da probierst du hast du jetzt eine andere grafikkarte was das ist bestimmt irgendwas anders und nicht mehr weißt du wie das ist probieren noch mal ich vielleicht haben die auch etwas gepächt seitdem oder so ja ja klar probiert vom monat oder zwei oder so probiert nee aber du kannst ja du kannst ja auch über mein pc spielen oder oder das ist mit dem badezimmern der denn da kannst du noch so ein tü anziehen tue ja klar schwupp macht man dann ist da nice man hier ist auch tmt und sowas in der crafting leben alle noch ja jemand ist gerade in den traiterraum gegangen jemand ist gerade hier schön in den traiterraum gegangen ok ok wo ist der eric ich will sehen aber dieses schwarze fenster ist in der wand ach da weil sie auf dem gang und der curry ist gerade in den traiterraum nein 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 tobi sei leise sei leise ok dann ist es komisch dann ist sowas von der toby mich jetzt verdächtigt dann ist der tobi ist ich bin hundertprozentig innocent ich bring dich um tobi du bist mir diese scheiß blaue tür gelaufen sei leise sei einfach leise hier aber das schwarze fenster aus wir jetzt nicht verdächtigen auf dem schwarzen fenster welche etage auf dem flur ich weiß ich weiß es doch mich ja und er war es nicht ich war es nicht ich bin nicht im trade ok curry hat tobi erschossen deswegen dachte ich das heißt pan du bist im traiterraum gegangen ich bin aufgehörigste denn so kann ich jetzt endlich mal ist es ja ich muss das tun ich habe gesehen wie die tobi erschossen hast das kann ich nicht das geht mit meinem herz nicht da kann ich bin auf jeden fall nicht mehr drin aber wo ist denn ich stehe gerade davor und war dass du rauskommst ist es nicht so wird man ein bisschen aufpassen und dich ein bisschen her umgucken hä willst mir drohen oder was ja ein bisschen warum weiß ich warum nicht was habe ich dir denn was zum teufel ist das denn du 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 warte ist was ii was denn ne nichts da will ich nicht hin ii wohin was denn ne da war grad was ekelhaftes wo bist du denn traiterraum nein bist du nicht bin ich doch und ich weiß nicht wie ich rausgehen soll da ist ein roter knopf an der wand da kommt es ganz easy aus ach sieh mal einer an kennst du den raum schon ja klar ich war doch gerade traiter ja wenn man so ruhig ist wird man manchmal sachen ist so ekelhaft wenn du an den kloß vorbeigeht wahrscheinlich ja an den kloß und unten irgendwo da ist noch so ein komischer rotflackernder bereich das voll ekelhaft ja dann bist du ja irgendwo ja wo bist du denn sollt mir ein radar holen das ist sehr gemein warte mal mein ahaha mein mund juckt so schnell ich schieb den nugget rein wenn wir uns treffen das brauchen wir treffen uns auf den schulhof one on one ja mega fair das hat keiner von uns die gravity bomb gemacht scheiße ist sie neu ich hab so ein tic ich muss immer nachladen ja die ist neu ach so ich dachte die hätten wir schon gehabt alles klar tobis trailer der kuguse der ist gar nicht tot hä hä wieso schießt die katze nicht was hat die katze geschossen weiß ich nicht ich hatte nur plötzlich schrot im gesicht ich konnte nicht viel sehen hä hab ich dich irgendwie getroffen Tobi warum hast du das warum was denn warum hast du gesagt ich bin da reingegangen deshalb ich sag mal ein bisschen ausensbester und in diese blaue tina reingegangen aber Tobi der erik meinte es wäre jemand reingegangen da war der erik in meiner nähe und dachte ich mir naja dann war's curry weil du da so aus ja und deswegen dachte ich deswegen dachte ich du bist es weil ich es ja nicht getan hab und deswegen hab ich gedacht du lügst ja wir sind echt profis gewesen ja wir sind einfach ein dreamteam curry ich musste dich erschießen weil ich gesehen hab wie du Tobi erschießt ja 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 ich weiß na und wer hat wieder gelacht als am ende Pan war es wieder ja Pan hat wieder gelacht dann ist wieder ihre map weißt du dann ist Tobi das kein skin Tobi ja 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 jetzt hat es ja gewechselt jetzt hat es echt gewechselt da ist immer irgendeiner bei dem es nicht klappt aber steht es bei dir nicht auch in den Kommentaren wovon er macht ganz scheiße in meinen Nasen warte mal ja gönn dir Pan dann kommen wir einmal durchschnübender meine Videos sieht auch keiner mehr hallo Tobi ich bin's dein Vater sag heute bitte pünktlich zuhause ja wir sind geil ja natürlich kann leider nicht mehr in den Raum daumen hoch hey daumen hoch bevorisieren daumen hoch daumen hoch hey hey ja hey hey Geil. Die weg, Tobi! Ah! Ah! Was war das denn? Ich verfolge mal den Curry so lange. Ah, Erik! Mein Kopf juckt. Ich verfolge den Curry weiterhin. Läuse! Ah, Pan, ah! Es ist sehr sicher, dass ich das erschießen werde. Curry. Ich könnte... Oh Gott, ich könnte jetzt... Ich könnte einfach... Erschieß mich einfach, Mann! Erschieß mich! Ja, geil! Ich erschieß euch alle, Mann! Was war das denn jetzt? Ah! Was war das? Ich wollte das Ding hier hinten schießen, Mann! Geh weg! Geh weg! Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert? Hey, 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 hey! Thomas? Thomas? Thomas ist hier oben. Thomas ist hier oben, halt auch. Thomas! Ah! Wir sind zu viele Leute auf einmal. Wir sind zu viele Leute auf einmal. Wir müssen uns aufteilen. Ah! Ah! Oh! Dankeschön! Ah! Was denn? Oh! Entschuldigung! Tun die Dinger weh, wenn man die abkriegt? Ja! Aua! Boah! Boah! Alter, wie geil! Wir spielen Würfelbau, Alter! Ah! Warum? Der looted! Ah! Alles klar, Tobi! Tobi ist bestimmt Traitor! Und Tobi kriegt die ganze Zeit! Boah! Der war knapp, ey! Tobi! 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 Tobi ernsthaft! Mir ist gerade schon eben was geflogen, oder? Das war nicht der Tobi, oder? Tobi ernsthaft! Hey, wir waren gerade alle drei auf dem Dach. Wie soll das denn gehen? Ich hab dir jetzt vielleicht runtergefallen. Hä? Ich glaub der Tobi war er nicht. Boah! Die Mäp wäre nicht... Tobi! Jemand hat gerade mit dem Schulnam hier geworfen. Ja, ich habe es gehört. Die Mäp wäre noch cooler, irgendwie wenn sie unterhinden... Tobi, wenn du dich totstellst, ne? Aber wer war das? Ja, ich... Hä? Ich bin doch mit Panik auf dem Dach. Aha! Da unten nicht! Da unten... Nee, da unten nicht, ein Toter! Hä? Ist dir runtergefallen? Lol! Wer von euch beiden ist es? Ja, entweder... Entweder... Der Tobi hat ne Fake-Leiche passiert... Moment, war es ein Stuhl oder ein Schuh? Du musst dich schon entscheiden! Nein, ein Stuhl, hab dir gesagt! Schuh! Du hast gerade vorher Schuh gesagt! Ich hab Stuhl gesagt! Warte, ich will gucken, was er gemacht hat. Ich will gucken, was mit der Leiche da ist. Warum ist sie gestorben, Pan? Guck mal bitte! Ist runtergefallen, aber warum? Ja, das fragen mich auch. Aber da muss einer trotzdem von des 3 Trader sein. Und einer hat mit dem Stuhl an mir geworfen. Wenn es die Panik war, muss es der Curry sein. Ja, wenn ich es es aber nicht war, dann muss es ja die Pan sein. Weil der... Ich hab's ja gehört. Nein! Nein, die Pan meine ich. Die Pan muss es ja sein. Alter! Keine Sorge. Pan, geh weg von mir. Keine Sorge. Ich geh zu Gladys. Okay, warte mal. Wie können wir das jetzt klären? Echt? Echt? Okay, ich hab ja gehört... Ich hab ja genau in dem Moment gehört, wo das in die Schule kam. Mhm. Also kann es eigentlich nur die Pan sein. Äh, ich... Nein, ich bin's nicht. Ja, toll! Nein, ich bin's nicht. Ich war's nicht. Hm. Hm. Also Tobi ist es nicht. Okay, Tobi ist es nicht. Wir haben die Leiche gefunden. Wir haben die Leiche gefunden. Er ist nicht aus Versehen runtergefasst. Ja, ja, das ist... Er ist nicht aus Versehen runtergefasst. Aus meiner Sicht... Ich bin ja... Ich seh ja, dass ich nicht Traitor bin. Ihr müsst mir nicht glauben. Aber ich seh jetzt aus meiner Sicht ist einer von euch beiden. Deswegen muss ich grad gucken. Dann ist es Curry. Wer von euch beiden könnte es sein? Aber warum denn? Es kann auch genau aus meiner Sicht... Kann es auch nur Pan sein. Weil ich weiß ja, dass ich innocent bin. Hm. Sie haben die Leiche geprüft? Ich weiß es nicht. Verdammt. Tobi, gib uns dann hin. Also der Tobi kann runtergefallen sein. Ja, das kann er wirklich. Weil wir haben ja auch oben mit diesen Teilen da rumgeschossen. Vielleicht hat der eins getroffen und der ist sehr unglücklich runtergefallen. Das wäre wirklich sehr unglücklich. Ja, das wäre ja mega mies. Das kann natürlich sein. Aber die Frage ist dann immer noch, wer hat diesen verkackten Stuhl geschossen? Ja. Boah, wie hoch ist die Chance, Tobi? Wie hoch ist die Chance? Ich glaube nicht, dass er runtergefallen ist. Glaube ich auch nicht. Hey. Curry. Klar. Hahn. Vorsicht. Okay, also er ist auf jeden Fall gefallen. Das sagt die Todesursache. Gefallen ist er. Gefallen ist er, ja das stimmt. Wie kann man da nachhelfen? Wer hatte da die Tür sich zugemacht? Entweder schubsen. Das finde ich aber nicht gut. Kannst du bitte die Tür auflassen? Warum? Warum nicht? Und warum standst du gerade auf dem Dach, da an der Reling? Hey, ja warum denn nicht? Weil ich nach unten gucke. Ah, verdammt. Er ist knifflig. Also egal, egal wer es ist. Alter Curry, Curry, Curry. Geri bitte nicht schießen. Ja, es ist wirklich knifflig. Also der Erik ist ja safe für mich. Ist ja schon mal safe. Wie ist das safe? Ja, weil der Erik sich nicht... Hä? Soll der sich mit dem Schuh selber abschießen oder was? Hä? Der kann doch einen Stuhl werfen und sagen, hä? Hier ist gerade... Guck mal, das habe ich mit den Hühnernjahren dauernd gemacht. Aber der lag ja... Der hatte ja ja Blutflecken da. Von 10 von... Der hatte ja die Blutflecken tragen. Der hatte da ja die Blutflecken. Also ich werde jetzt mit dem Erik bleiben. Okay. Alter! Hä? 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 Weil du dir dauernd hinterher gelaufen bist, Curry. Hä? Du warst das nicht? Ich habe es genau gesehen, wie du mich verfolgt hast. Ich bin extra Umwege gegangen, bin da rein und da rausgegangen. Er hat gerade seine Unschuld für mich. Umwege? Du bist um die Ecke gelaufen. Nein, nein. Ich bin vor und wieder zurück gegangen. Du bist mir immer hinterher gelaufen. Du warst immer an meinem Rücken. Ja, weil du safe für mich warst. Ich hatte sowieso schon den Verdacht auf dir und dann habe ich mich abgetestet. Achso, der Curry war's. Ja, ja. Das war ein Test, Alter. War ein geiler Test. Ja? Curry, Curry, ne? Tobi? Tobi, was passiert ist? Alter, was war los? Nee, ich bin vor euren Augen darunter gesprochen. Ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben. Hä? Was? Ihr habt mich beide noch angeguckt. Was? Ich hab das gar nicht gecheckt, irgendwie. Ja, ich dachte, komm, machst du das auch mal, weil der Curry das übermacht. Das gibt immer ganz gute Diskussionen in der Runde. Achso, ja. Hat ja gut funktioniert. Ja, das war echt gut. Dass ihr das überhaupt nicht checkt und dass ich vor euren Augen da runterspringe. Ja, aber in dem Moment waren wir mit den Würfeln zu Gange, Tobi. Da wart ihr noch nicht mit den Würfeln zu Gange. Ja, aber dann hab ich, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's überhaupt nicht gesehen. Tobi, du hast ganz gern... Weißt du, ich dachte, ich bin euch was wert, so. Weißt du? Ist okay. Ich dachte einfach, du hast so ein ausgefülltes Leben. Das kommt gar nicht in Betracht, einfach. Tobi ist immer so ein... Ja gut, ich bin sehr spontan, ne? Ja, ja. Tobi, du darfst aber nicht nochmal machen, okay? Was war das denn? Was war das? Ähm, was genau war das? Was war das? Was war das? Hä? Okay, das war die Pan. Pan hat die Gravity Grenade geworfen. Was? Pan, hör auf. Ich bin's nicht und beide haben gleichzeitig gesagt, was das war. Und sie wollte vorhin auch eine ausprobieren. Ja. Ja, und deswegen bin ich das jetzt? Hä? Du bist es jetzt. Also, naja, ich weiß daraufhin. Ich bin so kreativ. Pan, du bist es jetzt. Unfassbar. Du bist es jetzt Pan. Aber ist das jetzt ernst? Ja, natürlich. Willst du mich verarschen? Ich erschieße dich jetzt Pan. Tobi? Ja, versuch es. Für mich ist es total schüssig. Schüssig. Wie Schüßler-Salze. Hab ich nicht gesagt, Tobi, hör auf damit. Schüßler-Salze? Warte mal mit. Er hat schüssig gesagt. Ach so, schüssiger-Salze. Ja. Schüßler-Salze. Geschüßle. Geschüßle. Dann kack mal hier dieses DG-Gerät. Pan, du brauchst jetzt auch gar nicht ruhig sein. Pan? Pan, ernsthaft jetzt. Hä? Ich rede doch, Mann! Ja, jetzt redest du wieder, weil du dich grad konzentriert hast, Pan. Haha, Pan ist es. Ich bin's nicht. Mann, Leute. Oh, Pan, komm. Komm, Pan, was ist denn Pan? Ich hab grad, irgendjemand ist grad gestorben. Warum bist es nicht Pan? Tobi? Ja, dann ist er tot. Willst du mich verarschen? Dann ist es Pan. Ach komm, Pan, also ganz ehrlich. Ah, ist klar. Wart ihr beide gerade zusammen? Ich bin... Es war... Hier ist ein Ei. Ich war es... Ich war es nicht, Erik. Ich stand hier... Ich kam gerade hier um die Ecke. Das meine ich damit. Wart ihr gerade zusammen? Hör auf, Pan. Du bist es. Ich hab den Tobi grad getroffen, bin weitergegangen. Und dann bin ich gerade zurückgegangen, weil ich gehört habe, dass jemand gestorben ist. Ich töte sie jetzt. Ja, sie hat ein Ei geschossen. Von der Eirange... Von der Eirange-Waffe. Ich bin's nicht. Ah, klar. Paul, Drecksau. Das Ei und die Grafkinade, ey. Weißt du, ich hab... Ich hab extra mehr Erinnerungen gezögert, weil ich nicht einfach schießen wollte. Doch, ich hätt sie erschossen. Wär sie mir über den Weg gelaufen, hätt ich sie erschossen. Warum? Weil's einfach total gepasst hat. Es kann nicht sein, dass... Das geht das gar nicht! Also beide haben gleichzeitig gesagt, was war das? Welche soll man nehmen? Und Pan so zwei Sekunden später, äh, was war das? Das Problem ist, wenn zwischen Curry und noch jemandem entschieden werden muss. Ist das sau schwer zu sagen, dass der andere es wirklich ist? Weil Curry ist echt ne Drecksau. Ja, das ist leider wahr. Hat man ja vorhin gesehen. Danke. Das ist leider wahr. Das ist echt... Das ist schwer. Das ist echt schwer. Toll, Tobi. Toll. Die Pan war aber auch gerade ganz gut. Ich hätt nicht eine Sekunde... Heute... Heute sind die Momente alle aufgebaut. Oh, Pan jetzt hör doch mal auf damit, Mann. Ihr Spiel doch mal vernünftig hier. Hey, Pan. 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 Vielen Dank.